Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Duftmagier Video, eurem Ratgeber für Düfte, Beauty, Luxus und Lifestyle-Produkte. Dieses Mal mit dem 2004 erschienenen Eau de Toilette About Men von Bruno Banani, einem weiteren Duft aus dem Niedrigpreissegment. Parfümeur ist Bernard Elena, der sich unter anderem auch für The Game von Davidoff verantwortlich zeichnet. Die Noten von About Men sind überschaubar, was gleichzeitig sein markantes Wesen begründet. Zusammen bilden Apfel und Grapefruit die Kopfnote. Die Herznote setzt mit Jasmin und Lilie holzige und blumige Akzente, während die Basisnote aus Ember und Tonkabohne relativ ausgewogener herkommt. Aus dem frischen, aber bestimmten Einstieg ergibt sich in der Folge ein stimmiges Gesamtbild. Mein eigener Test hat ergeben, dass der Duft mindestens 4-5 Stunden gut wahrnehmbar ist. Außerdem verfügt About Men über eine gute Silage. About Men hält, was sein Name verspricht. Es interpretiert die Männlichkeit in einer dezenten Art und Weise. Auch wenn About Men nicht an die Komplexität teurerer Düfte heranreicht, sollen hier nicht Äpfel mit Birnen verglichen werden. Alles in allem denke ich, dass sich About Men, insbesondere wegen seines recht frischen Aufbaus, vor allem sehr gut für jüngere Menschen ereignet. Wenn ihr das Parfüm selbst ausprobieren möchtet, gelangt ihr über den Link unter dem Video direkt zum Sparangebot von About Men auf Amazon.de. Hat euch dieses Video gefallen, dann hinterlasst bitte einen Kommentar und einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Mal!